Yo Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge Minecraft Skywars Zusammen mit dem Voxo Wir spielen auf der Map Shop Wie auch mal man im Map Shop nennen kann Aber die konnten das anscheinend Wir spielen 4 vs 4 Skywars Mit dem Voxo, was ich schon gesagt habe Aber mir fällt gerade nichts ein, was ich sonst sagen könnte Ich hoffe mal meine Audioqualität ist ein bisschen besser Weil ich hab das mal ein bisschen umgestellt Bin mir jetzt echt nicht sicher Und Voxo hält schon wieder seine Fresse Das macht mir so ein bisschen Angst Timo, könntest du mal bitte was Ja, ja, du darfst wieder reden Ja, weil du doch eben gesagt hast, ich soll den Mund halten Ja, ja, du sollst du den Mund halten Aber ich hab mich getrollt Ja, ja Und Leute, was haltet ihr eigentlich von dem Intro? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben Äh, wenn ich das nicht vergesse, das Intro davor zu packen Ich hoffe mal, ich pack das richtige Intro davor Äh, ja Ich hab ja nur zwei Du bist so eine dreckige Note Guck, was sag ich Ja, ich bin in der Mitte Aber ich hab gesagt, wir werden zurückgebackt Weil Gomme ist ein Dreck-Server Okay, nein, Gomme ist eigentlich von der geile Server Aber der hat halt trotzdem Lex wie sonst was Dein Server ist ein Dreck-Server, weil ich niemand draufjoinen kann Weil er nicht existiert, my bitch Ja, natürlich, ich kann draufjoinen Leute, lass mal bitte nach einer Abstimmung da Ob ich mal Lucky Blocks stehen wollte Weil ich hab irgendwie Lust drauf Buggy nicht Und mein, äh, unser Internet hat auch keine Lust drauf, aber Wollte grad sagen, wir bräuchten für den Server Ja, dann kauf dir einen Ja, genau das Problem ist derjenige, der den Server bezahlen müsste, wäre ich Ja, natürlich, ich hab ja kein Geld Ja, guck Äh, hier sind übrigens noch Eier, die du vergessen hast Weil du hast keine Eier Oh, scheiße, der war hartgedisst, muss ich sagen Der war scheiße Du bist scheiße Wo sind eigentlich die ganzen restlichen Leute, die sind alle noch irgendwo auf ihrer Base, oder nicht? Ja, mal bitte, lass uns den T-T-Boos versuchen Ich seh auch gar niemand Doch da hinten Ach, der T-T-Boos versuchen Nein, oh Wir machen keinen T-T-Boos, das lohnt sich sowieso nicht Jetzt bau dich da hin Kann sich also super toll, legal Ja, ich hab jetzt, ich hab jetzt super tolles Z-Shopel Ja, das ist dein eigenes Z-Shopel Achso, und ich hab ja auch mein Texture-Pack, ich weiß nicht Das Video wird wahrscheinlich vor dem Speed-Painting kommen Ich hab das nämlich ein bisschen was aufgenommen und mal hochgeladen Beziehungsweise, ich werde es hochladen Beziehungsweise, ich habe schon hochgeladen, müsste es nur noch auf Öffentlich stellen Der towert sich Ja, den kriegst du sowieso nicht Woop, woop, woop Lol, hier ist eine Kiste auf der Web Wusstest du, dass es hier hinten eine Secret-Chest gibt, der hat irgendwo was geworfen Ja, natürlich Vollidiot Ah, gut, ich hab ihn Ich hab ihn Ja, ich hab den anderen Wieder zurück in die Mütze Wie schnell baust du dich ein? Lol Oh, ich wurde im Block gepackt Weißt du, was ich jetzt machen werde? Weißt du, was ich jetzt machen werde? Was? Ein TNT-Boost auf dem Baum Du bist grad vollgehypt auf TNT-Boost, oder? TNT-Booste? Ja Ja, die wär's, wenn du mir mal helfen würdest Hallo, ich hab doch gesagt, ich mach den TNT-Boost Nein Ach man, ich hab mir gedacht, ich schaff das ohne dich, aber ich besitze ja kein Skill, Leute Egal, wir gucken jetzt mal Boxe bei seinem TNT-Boost zu Du schaffst das, ja, ja Ich kann überhaupt nicht singen Du wurdest schon wieder zurückgebackt Ey, das ist doch Man kann's komplett vergessen, weil man wird zurückgebackt wie sonst was Ja, aber trotzdem, die kriegst du doch easy Er wirft dir die Heal-Potion zu Oh, lass ihn einfach runter Ah ne, er überlebt's, er überlebt's, er überlebt's Hinter dir, hinter dir, hinter dir Alter, wieso ist denn da jemand? Nein Enderperlen, ich hab 15 Enderperlen Was? Oh, man, doch nur Schneewelle Ich hab grad gedacht, Leute, wir gehen uns gleich in der nächsten Runde Der hat mich angeguckt Ja, wegen dir Ist mir eigentlich auch egal Äh, achso, was ist eigentlich Nein, nein, ich hab gedacht, die Enderperlen Bye Ne, ich hab die Enderperle bekommen Jetzt igel dich mal schön in die Mitte, Leute Wir sind übrigens wieder in der zweiten Runde Ich mach das immer so random, wie ich anfange Einen T-Boost Einen T-Boost Ah, du bist ja so ein Opfer Woher weißt du das? Ey, mein Handy hat ge... Ich kann hell sehen Mein Handy hat gerade gebimmelt Mein Handy bimmelt normalerweise nie Weil ich alle Gruppen, wo ich damit stumm gestellt habe Also muss es irgendjemand privat sein Oder ich hab wieder irgendeine Nachricht von YouTube oder so Äh, hättest du mal vielleicht ein Schwert für mich? Äh, ich hab selber, glaub ich, nur eins Ach gut Aber guck mal, weißt du, was du bekommst? Dein Wasser einmal Cool, ich hab schon zwei Wieso machen wir eigentlich von hier einen T-T-Boost? Äh, weil wir da oben tragen können Äh, weil wir da oben tragen können Man könnte einfach nach da unten stricken Ey, ja, dann können wir immer noch... Ich hab mich runtergeboostet und bin beinahe tot, aber alles gut Ich bräuchte ein Schwert Ich bräuchte ein Schwert, ja gut, nämlich so eine Scheißholz-Axt Warum ist der von dir? Verfiss dich Oh, Tenone, Tenone, Tenone Oh mein Gott Ich hab ihn! Was ist das denn für ein Loop? Ops Äh, was war das jetzt gerade? Ja, ja Komm ich mal wieder direkt zurück in die Mitte, um zu abstorben T-Frame, Bro Oh mein Gott Der ist Eagle-Skills Oh mein Gott Das war gerade unnötig Ich stopp den jetzt ab Nein, der hat Stärke! Wieso hat der Stärke? Alter Geh verrecken, Alter Der hat keine Stärke, du bist einfach nubig Doch, aber der hat auch kaum Notback, Mann Leck mich Ernsthaft Ah, Leute Ich bin scheiße Ja, da sind wir wieder zurück auf dem Map, ähm, Dungeon Leider immer noch mit dem Box Und er hat Halt die Fresse, ich hab selber TNT Wir machen jetzt keinen TNT-Boost mehr Weil man die ganze Zeit zurückgeleckt wird Äh, und weil wir scheiße sind Das muss man noch dazu sagen Ja Hör mal, Inventar Hast du schon dein Inventar sortiert, Timo? Ja, ich bau mich schon Achso, okay Bau dich direkt in die Mitte oder so Gut, oder bau dich zu Gegnern? Ich meine, da ist zwar niemand mehr Weil der sich gerade in die Mitte geworfen hat Aber Ey! Ich bau dich, du bist so auf! Ja, loot, loot, loot Loot! 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 Das ist mein Loot-Alarm Geil, ich hab ne Brust Ich hab zwei fette Brüste Oh, der war scheiße Ja, weil du ne Nutte bist Ja Aha, musst du rauspiepen Ja, muss ich nicht Könnte ich, tue ich aber nicht Achso, oder? Mit meinem Tastatur Was ist mit deiner Tastatur? Ja, ich hab eventuell so ein kleines Teil da ein bisschen rausgehauen Da drin Alles gut Er hat Fire Resistance Der... Ich bin tot Safe tot, Alter Ja Nein Oh Auf den Unequipten Welchen Unequipten? So, tschüss Leute, tschüss Ähm Wir haben gerade festgestellt, dass Cortana, Adolf Hitler Okay, hi Leute Wir haben gerade gefragt, ob Cortana Adolf Hitler mag Ja, also Ähm Wollte die Antwort aufhören? Hey Cortana Hey Cortana Reagieren wir auf mich, du Schlampe Äh, wie findest du Adolf Hitler? Fuck Ich hab... Ja, ich hab am Anfang gesagt Hey Cortana Hey Cortana Wie findest du Adolf Hitler? Oi, als ob die das jetzt im Internet sucht Hey Cortana Du musst sagen, magst du Adolf Hitler? Hey Cortana Magst du Adolf Hitler? Diese Frage kann ich mit einem klaren Nein beantworten Gut, jetzt nach 10 Stunden haben wir endlich herausgefunden, dass Cortana Adolf Hitler nicht mag und nicht zu blöd bin Magst du Adolf Hitler zu sagen? Ah, Leute, wir sind dumm Was kann ich betonen? Ich glaub Ich glaub, das hat aber auch noch nie jemand Cortana gefragt, oder? Wieso bist du tot? Was magst du mehr? Was magst du mehr? Xbox oder Playstation? Cortana muss ja Xbox besser finden Die Googles! Die Googles? Als ob die das googelt Was machst du mir? Was magst du mir? Xbox oder Playstation? Oh, fuck! Was magst du mehr? Hey, Cortana! Oh, fuck! Nein! Hey, Cortana! Was magst du mehr? Hey, Cortana! Was magst du mehr? Was magst du mehr? Was magst du mehr? Was magst du mehr? Wenn es euch gefallen hat, lass mal ein Like da, lass mal ein Abo da, würde ich mich drüber freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und genießt das Outro! 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 Outro!